und damit herzlich willkommen zurück in td2 wir schauen uns neue stellwerke an die rausgekommen sind beziehungsweise im november schon rausgekommen aber ich aus mir halt jetzt an und wir werden uns mal bei den stellwerk angucken was es so viele besonderheiten gibt wie sie denn überhaupt ausschauen und was euch da so erwarten wird wir fangen an mit sufzyn das ist ein stellwerk das gibt es tatsächlich so in der realität es ist ein kleiner bahnhof auf der bahnlinie 13 zwischen den abschnitten minsk matze wiki und in laba und ist quasi die östliche güterumgehung von warschau neben den güterzügen sind ja ab und zu auch mal schnellzüge unterwegs in der realität und primär ist es hier so der platz zum ausweichen von den zügen in td2 ist es ein elke stellwerk als besonderheit neben spk wir haben auch noch sop für einen bahnübergang dieser bahnübergang ist bei kilometer 43 das vom stellwerk aus gesehen in diese richtung da unten und wir haben kein bahnsteck das ist tatsächlich nur hier eingleisig elektrifiziert und hier der platz zum ausweichen mit einer kleinen ausnahme wir haben noch dieses dritte hauptgleis in der man nur in diese richtung richtung pila wer da unten eigentlich ausfahren kann okay was kann man denn hier so entdecken als erstes gehen wir natürlich mein stellwerk an sich hinein so sieht es hier aus also wir haben mir die standard assets hier drin hat eine gute aussicht entsprechend auch in diese richtung und der ausstieg ist noch ganz witzig seit hier hat hier diesen vorraum da da wartet uns ein fahrrad ne wir sind ökologisch unterwegs und hier draußen wo ist er denn haben wir die mietsegatze das muss sein td2 eco unser auto was wir mal nicht mit dem fahrrad fahren wollen hier hinten noch ein bisschen deko im gebäude hoch ist natürlich sein und dann schauen wir uns mal ist im bereich hier hinten an wir haben hier ein verladegleis ebenfalls nicht rektifiziert haben hier kohle ob man hier in der realität auch kohle geladen hat weiß ich nicht bin ich ein bisschen fraglich wir werden uns das gleiche dann mal in der realität anschauen ich habe google maps und rave maps schon offen im hintergrund steht ein bisschen zurück sie herum das gepflasterte glaube ich ist auch in der realität so jedenfalls referenz das ist das dritte gleis da wir kommen da hinten alle zusammen ich muss mal ganz kurz wegen easter eggs gucken hier hinten das ist scheint aber nur nichts zu sein also ich habe mich schon ein bisschen umgesehen aber ich habe jetzt noch kein easter egg gefunden abgesehen von der deko aber das würde ich jetzt nicht als easter egg bewerten kurz hier umgucken als bauernhof hier oder vielleicht unsere bude er weiß jetzt eventuell mal ein paar mehr gleise gehabt ein bisschen schick dass die beleuchtung hier so weit hinten ist so auch ein bisschen weit weg vom gehweg so das ist beladegleis kommt dann hier zu dem dritten gleis das ist das hier wieder zusammen an einerseits hier im prellburg und natürlich einmal da hinten wo man dann entsprechend umsetzen kann man kann hier auch sparen einerseits beim signal e und h und h würde ich mir gut überlegen ob ich das offen habe wenn eventuell hier stau ist oder jeder ständig züge hin und her schickt blockiert euch der zug hier im gleis also überlegt euch das gut ob ich das waren offen habe oder nicht also bin gerade luft ist und ihr wisst ihr braucht es doch keine kreuzung dann könnt ihr natürlich das haar aufmachen also das nur also als operativer hinweis dass man auf das achtet da hinten viel weiter da hinten man sieht es von hier gar nicht ist dann der bahnübergang bei 43 wir sind jetzt hier bei kilometer 46 entsprechend wird es hier noch hinten gehen jetzt können wir uns mal hier hinten und gucken da ist der eck mäßig noch was finden sieht nicht so aus ok dann würde ich sagen nachdem wir jetzt hier bahnhofstechnisch erst mal alles gesehen haben schauen wir uns das ganze doch mal in echt an hier hätten wir die strecke da unten ist die laber da oben ist minsk massiv wiki falsch aus hier ist warschau das ist hier die strecke da so runter und wenn wir hier mal reingehen ist der bahnhof gut schauen wir uns das ganze doch mal in google maps an habe ich auch schon mal hier haben wir das stellwerk das ist die strecke so an sich also ich gehe mal ganz kurz raus so in der umgebung und hier haben wir diesen belade vielleicht immer auch genau so gesehen haben das hier in der mitte das ist das eine belade gleis da und ihr seht es ist hier alles relativ sauber also ich weiß nicht ob hier kohle ist hier ist noch was auch immer das ist das steht aus mehr wie so kies sand hier und rein so vom optischen man könnte meinen dass wenn ihr alles mal gleise gewesen aber ich glaube ich jetzt nicht hier hinten vielleicht noch ihr liegt noch ein bisschen so rabisch rum dass das eine haus wird man vorhin gesehen haben und da geht das gleis hier so rauf der eine weg immer auch da haben und da oben trifft sich das da geht das ist eine gleis hier noch mal raus und da oben das andere ist hier nach hinten und hat dieser bahnhof da das kleine häuschen haben wir auch gesehen ansonsten hier in der umgebung die seite nicht sehr viel da hinten hat ein bisschen wald ansonsten landwirtschaftsbereich und dieser eine bahnübergang da ist einmal hier so eine brücke und weiter hinten ihr es müsste dieser bahnübergang sein den wir hier steuern bei kilometer 43 auch da nicht sehr viel los hier einfach mal hier so als referenz das letzte was jetzt hier noch übrig bleibt dass man hier bei der szenerie tun ist einmal in td2 die szenerie abfahren also nun mal so als vergleich hier so in echt alles ein bisschen an wirtschaftlich eigentlich nicht sehr viel zu sehen waren vielleicht hier hinten noch ein paar häuschen wenn unser kleines doof hier auch noch mal ein bahnübergang und auf der anderen seite ja eigentlich ganz viel nix ein paar häuschen dort also meine straße geht auch noch jeder mit rüber wobei ist das bahnübergang hier so dass aussieht nicht gesichert aber das bild ist einfach leider von der auflösung her bisschen zu low hier hat es auch noch mal ein und dann jetzt hier einmal unter ok dann würde ich sagen sehen wir uns gleich wieder in td2 machen wir schnell eine lok fertig und dann fahren wir die strecke einmal ganz kurz ab oder ich habe hier mein kiebel jetzt erstmal gespawnt beziehungsweise ich bin jetzt hier am linken ende der szenerie wir haben jetzt hier kilometer 42 drei und wir fahren jetzt einmal ins andere ende und gucken wir mal was wir denn da so schönes sehen werden alle klar den bremsen lösen ja ich war ja noch im gast das ist sehr schlau und maximum schmackes ich habe der erste bahnübergang hier ich habe noch nicht vergessen dass ich mir selber ein set gebe und man kann da jetzt nicht nach oben bringen und man könnte sagen vom linken ende bis zum signal desens kapieren halb kilometer das recht von der schwindigkeit und umschauen sehr viel grün hier war aber auch zu erwarten so drei so drei unser sp-bahnübergang hier die gewissen leuten bestimmt sehr viel spaß beleiten wird aber wir sind zu schnell der nächste bahnübergang bremsen hier ein bisschen abschüssig ja wie in echt einfach sehr viel landwirtschaft hier in der gegend geht sehr viel herum so auch die brücke haben wir gesehen und nach vorne kommt dann der bahnhof und nach vorne kommt dann die rote können wir wieder lösen hier wenn ich dann gleich die demonstrationsfahrt hier Das ist ein kleiner kleiner Bord hier. Tudelie! Da hätten wir unseren kleinen Bahnhof. Klein, aber fein. Also für die Veteranen in TD2 wird der Bahnhof nichts mehr, aber für Anfänger ganz interessant. Höchstens als Zweitbahnhof. Wenn man hier noch ein bisschen Verkehr hat. Aber ich glaube, allzu stressig dürfte es hier nicht werden. Interessant wird es dann erst mit Verspätungen. Wenn man dann hier die Kreuzungen einplanen muss. Ich bin mir sehr gespannt, wie weit das andere Ende geht. Ob man da irgendwie was ansatzweise von diesem Tunnel sieht. Aber ich wage es zu bezweifeln. Gehe jetzt gar nicht zurück. Ich warne dich. Nee, geht doch. Aber, voll Gas. Gehe gut. Warne auch angeschlossen. Okay, hier ist der Strecke nicht so lang. Nicht ganz drei Kilometer. Ja. Ja. Ah, oder war das, was wir da in Google Maps gesehen haben? Ah, ich glaube, das haben wir da gesehen gehabt, aber cool gemacht. Sehr schick. Erwerben wir. Und dann haben wir da hinten auch schon das Ende von der Szenerie. Letzte Barriere. Dann können wir mal umschauen hier, bevor wir weg sind. Ja, das ist ja eine fette Straße gewesen. Gut, dann haben wir das erstmal gesehen. Dann warte ich jetzt gerade noch mal, bis er das hier fertig geladen hat. Ja, 41,9. Fängt schon wieder von vorne an. 42,0. Und schmeißen wir hier mal die Bremsen rein. Dann sind wir jetzt wieder genau da, wo wir gestartet haben. Ja, schaffen wir es noch vor dem Fahrtübergang. Das ist eigentlich egal, aber trotzdem. Ja, ich glaube, das wird nix. Ne, genau drauf. Ja, was soll's. Oh, wisst ihr was? Wenn wir gerade schon mal hier sind. Einfach nur zu checken wegen Easter Eggs. Das ist ja hier ganz am Anfang. Kein Mensch wird normalerweise hier runtergehen. Will ich mir das mal hier kurz anschauen. Lassen wir uns nichts versteckt. Das sieht auch alles normal aus. Ich meine, manchmal hat's an den Gebäuden selbst noch was dran. Schriftzug oder sonst irgendwie was. Oder eine Autornotiz. Aber ich glaube... Hier ist zumindest so offensichtlich nix. Gehen wir vielleicht mal den Weg weiter, aber ab und zu... Nee, hier ist am Ende des Wegs auch nix. Dann gehen wir mal schnell in unsere Lok wieder rein. Schauen wir mal jetzt auf die andere Seite. Nee. Nein. Was ist das? Das ist nichts. Okay, schade. Hätte ja sein können. Hier aber auch nicht. Okay, also wenn's eins hat, dann haben wir's nicht gefunden. Vielleicht hier hinten nochmal. Mal nachgucken. Nö, hier auch nicht. Also, ja. Ich hab's probiert zu gucken. Nicht gefunden. Mal schauen, vielleicht hat's hier eins. Wenn's da eins hat, schreibt's doch in die Kommentare rein. Wo's denn gewesen wär. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir ab zur nächsten Szenerie. Und da wären wir in der zweiten Szenerie, in Basilco. Das ist ebenfalls eine Szenerie, die es in echt so gibt. Und zwar ist es auf einer 41 Kilometer langen, eingleisigen Strecke zwischen Bielostock und Sokolka. Das ist ein kleiner Zwischenbahnhof. Wir haben hier primär vier Hauptgleise, zwei davon mit einem Perron. Und wir haben hier auch zwei Spawns. Einerseits dieser CA-Spawn, das ist der hier, wo die SM42 hier steht. Und der andere auf dem Gleis dahinter mit dem Signal in die Ausfahrt in die Richtung nach da unten. Das soweit zu den zwei Spawns. Rein von der Wertung her, dieses Stellwerk ist als L eingetragen, also für Anfänger geeignet. Wobei jetzt zwei Besonderheiten, das sind drei, die ich eigentlich möchte, gerade wenn ihr Anfänger seid. Angefangen mit diesem Spawn hier. Wenn ihr den offen habt, passt auf, dass ihr da keinen Zug reinschickt, wenn der offen ist, sondern hier drin. Also aufpassen auf das. Gilt natürlich auch für den da hinten, aber da dürft ihr jetzt weniger zum Problem werden. Ansonsten eingleisiger Betrieb, immer schön fragen. Die Veteranen kennen es. Und ich glaube, der Stellwerk könnte auch für Veteranen noch ganz interessant sein. Weil, erstens, wir haben hier die Simmerforsignale und es ist komplett mechanisch da hinten. Auf zwei Stellwerken. Der Bahnhof, glaube ich, ist mal vor kurzem mal modernisiert worden. Wir haben ja ein recht modernes Bahnhofsgebäude. Sieht schick aus. Hier, auf dem Perron, haben wir unser Stellwerk. Da, WI. Und hinten haben wir dann das zweite, das WI2. Und ich würde mir... Oh, das ist ein L. Ich habe jetzt ein I. Ich bin mir nicht sicher. Wir gehen jetzt mal in das Stellwerk hier rein. Haben wir hier eine gute Aussicht auf dem Perron. Und was hier so abgeht. Hier unsere Hebelbank. Überschaubar. Und die Steuerung für den Bahnübergang. Den da unten. Und hier haben wir die nächste Besonderheit. Ihr dürft hier nicht die Tür benutzen zum rausgehen. Weil wenn ihr das macht, dann seid ihr hier unterirdisch. Der Bauer sagt selbst, wenn man hier drin ist und man möchte hier rausgehen, dann soll man doch bitte den Perronbaden drücken. Dann ist man hier vorne draußen. Das nur so als Hinweis nebenbei. Hier hinten, ganz da hinten, ist das andere Stellwerk. Ich werde mich da mal kurz hin teleportieren. Haben wir entsprechend eine schöne Aussicht. Da steht unser anderer Zug hier. Und da geht die Strecke hier raus. Das Stellwerk hier ist auch das einzige, wo ihr hier so einen Übersichtsplan habt, wo was ist. Also wir sind jetzt hier drin. Da geht es dann da raus. Ein Zug steht da oben. Und das hier ist der Bahnhof. Da steht die S um 42. Ein C2. Und dann geht es dann hier raus. Nur so als Info. Das könnte vielleicht für Anfänger noch ein bisschen doof sein, dass das Ganze natürlich hier drin ist. Hier im ersten ist gar nichts. Finde ich ein bisschen schade. Ich hätte es auch gerne hier drin nochmal gehabt, damit man da nicht ständig hin und her schauen kann. Man kann sich den Plan ja auch natürlich aus dem Forum einfach ausdrucken. Ist ja auch ein Ding. Okay, wir gehen mal wieder raus auf den Perron. Schauen wir mal ganz kurz hier um. Soweit gleistechnisch keine großen Besonderheiten hier. Eben der Bahnübergang. Das Dorf, beziehungsweise die kleine Stadt. Was ich gut? Ist da hinten. Ungefähr 800 Meter ein Kilometer da hinten. In die Richtung ist Amper. Ein bisschen Industrie da vorne. Da sieht es auch ein bisschen. Und ansonsten, glaube ich, gibt es hier nicht sehr viel Besonderes. Ja, eben da geht hinten die Straße ins Dorf rein. Da kommen schon die ersten Häuser. Schauen wir uns noch ganz kurz beim Bahnhof selber um. Keiner Parkplatz hier. Ansonsten hier rum. Speziell zum anderen Stellwerk. Eigentlich auch nicht. Eigentlich wäre dann hier der Ausgang. Ja, hat mein Handy mal bitte nicht auf Mühle geglaubt. Tut mir leid. Gut, ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt mal in der Open Railway Map an. Wo das Ganze ist. Ich mache mal ganz kurz den Wechsel. Voila. Da sind wir. Da unten ist Bierlustock. Da ist unser Stellwerk. Und da oben ist so Kolka. Da teilt sich das Ganze dann auf. Und wenn wir jetzt mal hier reinschauen. Ein bisschen einmal rumlecken. Da ist eben das Dorf, beziehungsweise die kleine Stadt hier. Und hier der Bahnhof. wie sieht das Ganze aus mit Satellitenfotos. Hier das gleiche nochmal. Eben ja, ich würde sagen kleine Stadt oder sehr großes Dorf. Little großes Dorf. Hier hat es sogar eine Bushallestelle. Da ist die Straße, was wir gesehen haben mit dem Bahnübergang. Hier links so ein bisschen Amper verteilt da auf die Straße. Ein bisschen Industriegebiet hier. Und auch da gleistechnisch. Genauso das, wie wir das hier im Spiel noch gesehen haben. Hier drauf, das ist unser Stellwerk. Ich würde sagen, so weit authentisch. Es hat auch noch ganz interessante Fotos. Wenn man sich das mal hier anschaut, eben das neue Gebäude hier oder relativ neue Gebäude. Links das Stellwerk. Und auch da heute noch die Semaphore-Signale. Aber natürlich ein Kiebel. Das muss natürlich sein. Das sieht man hier auch noch ein bisschen ins Stellwerk hier rein. Ja, recht neu hier. Das hätte ich gern in KD2. Prima, ein bisschen Power haben. Das wäre natürlich noch nice. Sonst haben wir noch ein interessantes Foto. Dann haben wir das Stellwerk, das wir hier gesehen haben. Aber ich glaube, es hat kein Foto, was in das Stellwerk reingeht. Hier nochmal der Peron. Auch mit dem Zaun haben wir auch im Spiel so. Hier vielleicht nochmal. Ja, man sieht aber nicht rein. Okay, das war vermutlich, ja, das ist vor der Modernisierung. Haben sie schon ein bisschen aufgeräumt. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir wieder mal ins Spiel rein. Und ich würde sagen, wir fahren die Strecke einmal ab, damit wir hier die Umgebung noch gesehen haben, um zu gucken, was es zu sehen gibt. Ich würde die SM42 erstmal bereit machen, fahr die mal auf die linke Strecke raus, aufs andere Ende und dann fangen wir hier zurück und gucken, was uns das erwartet. ist. Also, bis gleich. Okay, da wären wir jetzt auf der rechten Seite vom Stellwerk. Vor allem auf die linke, aber ich bin jetzt hier rechts wieder rausgekommen. Angefangen mit dieser Brücke. Ich würde sagen, bremsen, lösen und wir heizen da mal durch. Schauen wir mal, was wir hier bei der Szenerie so finden. Und ich vermute mal, die Strecke ist in der Vergangenheit mal zweigleisig gewesen. So breit, wie das Ganze hier ist. Ist aber nur eine Vermutung. Habe jetzt da nicht irgendwie historisch nachgesehen. Das Ding ist einfach so laut. Wahnsinnig viel gibt es hier mal nicht zu sehen. Ein bisschen Holzwirtschaft, Bauernhof hier. Auf der anderen Seite sehr viel Grün und Autobahn, I guess. Eher Landstraße, glaube ich. Ah, Gott sei Dank. Es wird leiser. Gut, wir sind vielleicht auch ein bisschen zu schnell für die Lok. Ist jetzt auch egal. Wir schauen uns ja nur die Szenerie an. Auch da. Es ist hier so versetzt. Und da wäre es auch noch breiter. Also ich glaube schon, dass das hier mal zweigleisig gewesen ist. also unser Stellwerk, die 1. Ciao. Andere Zug. Ohne halt hier ein bisschen durchpeifen. Er sieht schon schön aus. Wenn man mal so durchfährt. Hat schon was. Und dann geht es hier raus auf die Hauptstrecke. Grün, soweit das Auge reicht. Bis in den Horizont raus. in beiden Seiten. Da haben wir eh schon die Leistung wegnommen, weil ich so schnell war. Immer ein bisschen Gas. Oh, auch hier. Ja, das war hundertprozentig mal zweigleisig in der Vergangenheit. Ein kleiner Bach sogar. Ein sehr sicherer Badeübergang, aber das sieht eher so wie Fortwitschaft aus. Und in zwei Kilometern ist das Szenario dann auch schon wieder vorbei. Ja, so ein paar kleine Häuser hier hinten. Da sieht man nicht sehr viel. Nächste Bahnübergang. Ja, geht sogar ein bisschen noch weiter mit den kleinen Rösen hier. Ja, ein bisschen Laderuggler sein muss. Da steht sogar wer. Moin Kollege. Oh, da hinten vielleicht ist der extra versteckt. Man weiß es nicht. Es ruggelt erstmal. Da muss ja da vorne eigentlich Brücke wieder auftauchen. Wenn das so wie beim ersten Mal gemacht hat. Ja. 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 Na komm. Ja, du schaffst es. Ja, interessant. Hier werden wir jetzt da vorne mal stehen. An dem Bahnübergang. Ich will mir den mal kurz ansehen. Als ich zur Vorbereitung links rausgefahren bin, hat er mich dann rechts rein teleportiert. Jetzt bin ich tatsächlich wieder links. Aber bleib stehen. Ich will mal den Bahnübergang hier mal ganz kurz ansehen. und das hat Easter Egg Potential hier. Ja, aufsteigen. So, da leh. Schauen wir uns mal ganz kurz um. Wenigstens vielleicht mal eins gefunden. Äh, nö. Hier hat es ganz viel nix. Vielleicht hier dahinter. Nee, auch nicht. Nö. Vielleicht auf der anderen Seite. Wollen wir mal kurz beschleunigen. Äh, wo sind wir jetzt rausgegangen? Auf der anderen Seite. Da hört es auch gerade instant auf. Naja, hätte ja sein können. Okay, ich würde sagen, an der Stelle werden wir es dann auch beenden. Ich wollte euch mal die zwei Stellwerke zeigen. Sagt es mal gerne in Kommentaren, was ihr von denen hält. Und ob ihr eventuell sogar eins von beiden mal spielen wollt oder schon gespielt habt. Ich finde vor allem die Szenerie noch ganz interessant. Ich glaube, da werde ich vielleicht mal so eine kleine Session hier drin spielen. Bis dahin, wünsche ich euch noch eine gute Fahrt. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser play.